Ich bin Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ich bin Tiefseeforscherin, Polarforscherin und ich freue mich darauf, dass ich eingeladen bin, im Rahmen der Mercator-Professur nach Duisburg zu kommen und nach Essen, um über meine Forschung zu sprechen und was sie auch mit Ihnen zu tun hat. Der erste Vortrag, da spreche ich über Ampuls der Erde sein, die Arktis als Frühwarnzeichen für den Klimawandel, wie er schon da ist, wie er schon jetzt alles verändert und was wir Menschen tun können, um in einem Gleichgewicht mit Natur und Klima zu leben und mit uns selbst. Beim zweiten Vortrag, da tauchen wir tief ab. Wir sprechen über mein Forschungsfeld Leben in der Tiefsee. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist denn dort unten alles los, in diesem geheimnisvollen, dunklen, unbekannten Planeten, in Planeten Erde. Und ich werde Ihnen zeigen, dass es Unglaubliches zu entdecken gibt, dass dort drin Lebensformen sind, die auf eine Art und Weise mit Energiemangel und Einsamkeit umgehen, dass wir Menschen nur davon lernen können. Ich freue mich auf die Besuche in Duisburg und Essen und auf die angeregten Diskussionen mit dem Publikum.